Ah, da brauchen wir gar nicht mal 30 Punkte. Mhm. Äh, einmalig. Ja, das ist anders teurer. Dauerhafte Kids. Jawohl, dauerhafte. Ja, man kann ja länger spielen hier drauf. Das ist doch gar nicht so mal schlecht. Wie teuer sind die denn? Preis 1000. Mhm. Baaay. Teuer. Äh, welches Team? Gelb. Das Team ist zu voll. Ja, grün? Grün bin ich drinne. Ok. Alles klar. Ich auch. Äh, schau mal, er ist anfangs gefailt hier. Unglaublich. Mhm. Was geht denn hier ab? Ähm. Ach, ey. Erstmal meine Kontrollzüge umstellen. Wir müssen jump in one hier. Hey, da muss man doch lang. Ach, fuck. Oh, das war schon gestillt. 30 Sekunden und noch. Ach, scheiße. Was denn? Ja. Ja, hier sind schon, jump in one's noch. Was man so machen kann. Ja. Ich weiß. Dann soll ich schon rum rum. Oh Mann. Geh mal gegen den Block. Dann sind wir, wenn da zu viel aus sind. Ja. Bye. Oh. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ah. Hier ist gar keine Kiste, ne? Ja, die muss erst hingestellt werden. Und zwar kostet die. Ähm. Ich weiß nicht. Ein Gold hab ich schon mal. Okay. Dann kann ich noch nix machen. Mach YOLO. Ja. Hinten ist Chess. Da. Ja. Scheiße. Hier gibt's gar keinen Trichter, oder? Ne. Ein Bett. Guck mal, jetzt haben wir den Chess. Ah, hab ich da hingestellt gerade. Oso. Bei. Man muss echt immer am Anfang stehen bleiben und alles einsammeln. Hm. Warum stellt er sich immer so vor mir, der Arsch? Bei. Wollte ich schon mal Rüstung, ne? Habe ich schon ein bisschen. Ach komm, Chessplate erwarte ich noch. Was kostet ihr denn? Ja, ich mein ne bessere. Vor allem hat das Spiel verlassen und das Spiel verlassen. 48 alter Schutz 4. Ah, ich brauch Gold. Ja, da kannst du gegen 16 Dinger eintauschen. Wo sind denn unsere Knallköpfe? Also machen wir schon irgendwas. Ey, wo ist denn der YOLO Typ? Irgendjemand hat auch schon verlassen. Ja, eintauschen ist aber viel zu teuer. Ich weiß. Hm. Team. Wo bist du? Wir sind nur noch zu dritt. Ich stehe hier hinten. Ja, wo ist der andere Knall gehabt? Weiß er nicht. Die YOLO wusste. Ach der, nach hier das. Ist da unten. Bah wie so schnell sind wir eigentlich da? Das soll man nicht einfach so abhauen. Deswegen. Da kommt Gold. Und scheiße wenn einer schon am Willis-Chat dran ist. Kommt man nicht mehr ran. Ich weiß. das bringt nichts wenn du das machst warum damit wollte das schneller abzubauen geht egal erstmal noch ein bisschen warten lassen ja heute ausrüstung davon zweck jolo bei verpiss dich war hier nicht so ein stein drin vor allem sagt er doch wieso verlässt einer einfach bei uns das ist doch kacke so was ich weiß keine ahnung ja wahrscheinlich sammelt der gerade gold und hier als silber wegen chestplate nein habe ich nicht muss selber gold ich will aber ein bogen haben bitte ich brauche ein pfeil ach hast du boh nein solche leute mag ich nicht darum stehen und gar nichts machen jolo ist weg den soll er sich verpissen dann machen wir alleine hier weiter ehrlich das nervt egal was wir machen wir bunkern erstmal alles schön ein noch eine zeit bis die nächsten kommen was wir hier war das 64 fein boi was machst du da für scheiße egal wenn der so lange das bronzteil raushaut kannst du das eintauschen irgendwas irgendwas hm haha nicht nur der deswegen bleibt er da auch die ganze zeit stehen was nervt mit dem dinger sondern von ding reinpacken siehst du schon was ich sehe was gelb wo ist gelb denn links von uns oder ja ja da hat sich gelb hat gelb getötet aha guck mal einer an welchen spaß die haben wir denn da unten bei dir da unten ist er wollte man nicht von unten nach oben kommen vergiss es kann man eintauschen ja ohne witz du kannst du lange bronzieren einfach nichts wert ist kannst du das einfach eintauschen ja silber ja dumm aber nicht nur wir brauchen auch baumaterial ja ich weiß bin schon dabei kollege in dem fall müsst ihr aufpassen weil der typ baut sich nämlich hinter uns hoch ja hinter uns das sind ich mach die eine seite schon mal zu dann muss da erstmal ein bisschen durch kommen da kommt jemand da ist jemand ja sag ich ja ja